Herzlich willkommen am Messestand vom Schunk bei der Intertool 2024 in Wels. Wettbewerbsfähigkeit, das ist das Top-Thema in der Industrie und natürlich auch bei Schunk. Unsere Highlights sind zum Beispiel der automatisierte Spannbackenwechsel für Drehmaschinen, Futter und stationäre Spanntechnik, um die Spanner für ein größeres Bauteile-Spektrum nutzen zu können. Weiters, es kommt Elektrik auf den Maschinentisch. Dafür bieten wir elektrische Nullpunktspannsysteme sowie auch elektrische Kraftspanblöcke an. Wir zeigen hier verschiedenste Roboter- Applikationen für die automatisierte Maschinenbeladung und auch das Thema automatisches Entgraten sowie Oberflächenbearbeitung ist sehr interessant, wozu wir hier eine automatisierte Demo-Zelle mit unserem Partnerfirma Hightech aufgebaut haben. Es gibt noch vieles mehr bei uns zu entdecken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf Ihr Kommen.